Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Podcast, Videocast, Screencast, wie auch immer ihr es sehen wollt, hier bei Contemporary Russ Music. Heute ist wieder der Georg zu Gast und wir haben uns jetzt das mal zur Aufgabe gemacht, dass wir das hier institutionalisieren. Es gibt jetzt mal einmal im Monat ein kleines Gespräch zwischen uns zweien zu mannigfaltigen Themen rund um Blechbläser, Musik, Pädagogik etc. Hi Georg. Moin Manuel, grüß dich. Unser Thema heute ist, muss ich zusagen oder soll ich? Ne, sag du. Grenzenlose Höhe auf der Trompete. Schön Clickbait, damit wir hier auch wirklich mal Zuerkriegen, aber es geht ja so nicht weiter. Ja, ganz genau, nur darum geht es. Ja, es geht einfach nur darum, höher, schneller, lauter, vor allen Dingen aber auch höher. So, was kann man jetzt machen, um das hinzukriegen? Also, einfach höher spielen. Ja, einfach, spiel einfach gut. Ja. Hat damals immer ein Band-Dieter gesagt, spiel einfach gut. Also, bevor wir das, bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich einfach sagen, dass mich das ohne Ende langweilt. Nö, mich nicht. Nein, ich kann es wirklich nicht mehr hören, weil jede zweite Frage, die ich, und ich war ja früher auch genauso, klar, als ich, was weiß ich, 17, 18, 19, 20 war, höher, 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 höher. Und ich kann es aber mittlerweile nicht mehr hören, weil die meisten Leute aber einfach nicht auf dem Schirm haben, dass das halt mit ein paar anderen Grundeigenschaften einhergeht oder Grundfähigkeiten auf dem Instrument einhergeht, ohne die dir die Höhe halt auch, ja, da hast halt auch nichts davon, ja, wenn du diese Grundeigenschaften vorher nicht irgendwie dir erarbeitest oder mitbringst. Und deswegen, finde ich, ist das Thema immer völlig verkürzt dargestellt. Ich habe auch mal ein Video gemacht, warum Höhentraining-Trompeten-Videos Blödsinn sind. Und das meine ich auch tatsächlich immer noch so, weil du kannst dich ja gar nicht losgelöst von vielen anderen technischen Fertigkeiten auf dem Instrument. eigentlich besprechen oder unterrichten. So sehe ich das zumindest. Nee, nee, ganz genau so ist es. Natürlich, wenn ich Anfragen bekomme, dann ist immer im Text auch irgendwo die maximale Tonhöhe mit drin. Ja, so und so hoch komme ich rauf. Was kann ich machen, um noch höher zu spielen? Und natürlich ist das nicht schön, wenn man nur einen geringen Tonumfang hat. Aber es ist auch ein Indiz für das, was du gesagt hast, nämlich, dass viele ganz andere Sachen im Argen liegen. Und die liegen ganz woanders im Argen, wie die Leute immer vermuten. Und wenn man da dahinter steigt, was man machen muss, und dann wird auch die Tonhöhe auf einmal besser, ohne dass man sich großartig um die Tonhöhe kümmern muss. Also andere Sache ist natürlich der Screen-Bereich. Und ich würde mal sagen, der fängt so ab G3 aufwärts an. Und das ist noch mein eigenes Kapitel. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Das ist das, was mich persönlich immer noch sehr stark interessiert, weil ich da gerade auch sehr viel rumbastle und das ganz neue Welten eröffnet und extrem spannend ist. Aber das ist halt leider nicht für jedermann gedacht. Ja, Moment. Da würde ich aber gerne ein bisschen noch einteilen. Weil, also ich glaube, wir müssen erstmal überhaupt definieren, was ist denn Höhe überhaupt auf der Trompete. Also wir nehmen jetzt mal die Trompete. Ich könnte jetzt auch Posaune sagen oder Horn, aber weil da gibt es ja sehr unterschiedliche Genres, wo sehr unterschiedliche Fähigkeiten verlangt werden. Du hast jetzt zum Beispiel gerade gesagt, Screen-Bereich fängt für dich bei G3 an. Das sehe ich ein bisschen anders. Weil vorher kommt ja für mich der Liedbereich und der Liedbereich geht eigentlich nur maßgeblich bis G3. Also zumindest das meiste davon. Wenn du ein gutes G spielen kannst, jederzeit kannst du super Lied spielen. Punkt aus. Und die Frage ist aber, wie du die Töne gestaltest zwischen, ich würde mal sagen, B2 und G3. Mit welchem Sound, ob du die offen spielen kannst. Ob alles einfach auf diesen Tonen möglich ist, was unten drunter halt auch möglich ist. Das ist ja genau der Punkt. Und die klangliche Variabilität, also welchen Sound du in dieser Höhe bestimmten Phrasen aufdrücken kannst, damit es nach dir klingt, damit es musikalisch klingt, damit es dem Genre, dem Stil entsprechend originär klingt. Und das ist was ganz anderes, als einfach nur hochspielen können. Sondern das heißt, dass du in der Höhe, also die Höhe ist im Prinzip einfach, wie soll ich sagen, das ist halt dann irgendwie das Stadion, in dem der Sport stattfindet, aber du musst halt trotzdem nur Sport spielen können. Und das ist eigentlich dein geringstes Problem, wenn du dich dann mal in diesen Sphären aufhältst. Ich will jetzt gar nicht anfangen von Timing, Phrasierung, Sound, Hören, Führen und so. Das sind ja alles Sachen, die gehören in den Liedbereich. Könnte man übrigens auch nochmal eine Extra-Folge drüber machen. Das stimmt. Aber lass mich das mal nur kurz unterteilen, damit wir wissen, wovon wir reden. Also ich würde jetzt mal sagen, es gibt mehrere Höhenbereiche auf der Trompete. Also wenn ich jetzt in Populärmusik oder Jazz, haben wir den Liedbereich, was weiß ich, Funk, Pop, Salsa, Big Band, Jazz. Der Liedbereich, der geht los bei G2 und endet ungefähr bei G3, A3. Darüber haben wir den Scream-Bereich. Den würde ich jetzt auch noch in den Liedbereich mit reinpacken. Das ist aber eine Sonderform des Liedbereichs, den ich eigentlich nicht brauche. Das ist halt so eine sportive, ja, nice to have. Ja, meistens optional, steht auch in den Noten drin. Aber du brauchst es überhaupt nicht. Das meine ich auch genauso, wie ich es gerade gesagt habe. So, dann hast du in der Klassik natürlich den Höhenbereich. Für Orchester-Trompeter würde ich mal sagen, wenn du da ein solides F spielen kannst, kommst du gut klar. Natürlich der ganze Piccolo-Bereich, da muss dann eigentlich schon das A stehen, damit du mit allem safe bist, wenn ich das richtig sehe. Ja, ne? Zweite Bramburgische, so. Ja, 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 aber zweites Bramburgisches oder Michael Heiden, D-Dur, das sind nochmal Spezialsachen. Also, ich sag mal, Weihnachtsoratorium, 1 bis 6, wer das spielen kann, der ist schon ganz gut dabei. Der ist ganz gut dabei. Das muss einfach drin sein im Geschäft. Ja, genau. Da ist ja auch... Klingelt D3, klingelt E3. Genau, genau. Das sind so die Sachen. Das heißt, wenn wir mal festhalten, wenn wir ein solides, klingendes E3 spielen können auf der Trompete, jederzeit, kannst du eigentlich fast alles spielen. Ja. Also kannst du wirklich fast alles spielen. Du kannst sogar ein super Lied spielen, wenn du das kannst. Also wenn du jederzeit das Fiss abrufen kannst. Ja. Man kann viel rumtricksen, man muss auch nicht immer ein G spielen. Und ich finde ein richtig fettes G2, was ein Obertunreichtum hat und was wirklich fett ist im Sinne von voluminös, teilweise viel geiler, wenn es richtig platziert wird, als ein G3, was halt einfach nur ein G3 ist. Also wenn das G3 nicht die gleiche Qualität hat wie das G2, von dem ich gerade gesprochen habe, 3. Ja, ja, ja. Also von der Obertunzusammensetzung her und von der Schärfe und von den hohen Harmonien her, die da in der Obertunzusammensetzung drin sind, reicht das eigentlich schon. Ja. Das sind für mich jetzt so die Kategorien auf der Trompete hochspielen. Also klassische Orchestertrompete, Piccolo-Trompete, Liedtrompete, Screen-Bereich. Habe ich was vergessen? Ja. Höher wie Scream? Geht ja nicht, oder? Gibt es noch was drüber? Nee, aber eine andere Stilistik vielleicht noch. Eigentlich nicht. Ja. So, wer ist für dich der, fangen wir mal gleich mit dem höchsten Level an, der beste Scream-Trompeter deiner Meinung nach gewesen oder ist es? Ja, wahrscheinlich Kat Anderson. Kat Anderson, Bud Brisbois? Kenn ich gar nicht. Kennst du ihn gar nicht? Nö. Ja, Leute, zieht euch mal Bud Brisbois rein. Es gibt nicht viel im YouTube, aber ich finde, der spielt fast am schönsten da oben und vor allem am saubersten und klarsten und das ist wirklich extrem faszinierend, was der macht. Er hat auch viele Sachen ausprobiert, mit Piccolo ein bisschen rumgequietscht, das ist irgendwie eher lustig als irgendwie erträglich, aber so Big Man mäßig ist es schon sehr sehr amtlich. Aber, aber, da muss ich natürlich gerade mal einen erwähnen, der hier mir auf der Zunge liegt, der vielleicht jetzt ein bisschen abwegig erscheint, aber gerade, ich meine, wir kommen aus Deutschland und wir machen hier einen deutschen Podcast, ja. Horst Fischer. Ich meine, der King schlechthin, also es gibt ja weltweit fast niemanden, der das konnte, was der konnte. Also das muss man ja einfach mal so festhalten. Der hat so geschmackvoll im Screen-Bereich gespielt, der hat da Jazz-Soli gespielt, die die anderen eine Oktave tiefer nicht so lyrisch hingekriegt haben. Das ist unfassbar. Hört euch mal das Jazz-Trompeten-Solo vom verliebten Jazz-Trompeter an, wie er da irgendwie, also das ist, das ist unverschämt. Also ich kenne, mir fällt gerade auf, mir fällt gerade kein amerikanischer Trompeter ein, der gerade lebt, der das so kann. Sorry. Also habe ich noch nicht gehört. Es ist natürlich jetzt auch alles, lesen im Kaffeesatz, okay, klar, natürlich gibt es Leute, die das können, aber du weißt, was ich meine. Also von dieser Coolness her, von diesen, von diesen Eiern und, und mit dieser Leichtigkeit, also Horst Fischer ist für mich einfach, es ist für mich einfach ein Gott, ja. Es ist einfach... Ja, aber weil es halt einfach nicht nur hoch ist und nicht nur laut ist. Nein, es ist einfach... Das sind ja genau die anderen Komponenten, die das ja ausmachen, warum es halt einfach so einzigartig ist. Genau, gerade bei ihm ist das halt das Einzigartige, die Linearität der Range. Es ist halt einfach scheißegal, ob der ein tiefes C spielt oder ein C4. Es klingt halt komplett linear geil. Und es gibt gerade, es spielt eine YouTube-Aufnahme durchs Netz von Jerry Hay, wie er sich einspielt bei so einem Orchester. Ja, hast du mir schon mal geschickt. Ey, das ist, da siehst du halt auch, es ist total klar, wie der Typ spielt. Also die ganzen Michael Jackson Sachen, was weiß ich, diese ganzen Gimmicks, Rosanna und so bei Toto, das kriegst du halt auch nur so hin, wenn du so spielen kannst. Und zwar halt in jeder Range. Da dachte ich auch, das gibt es doch gar nicht. Wie offen klingt der denn? Überall, ja. Ohne Anstrengung. Einfach so, ja. Also ob einfach zwischen hier und da ist einfach keine Barriere, nichts. Es ist einfach nur Air on and Air off. Ja, also wie Derek Watkins mal so schön gesagt hat. Okay. Ja, ich meine klar, ich meine das sind natürlich dann die ganzen, wir können jetzt hier natürlich hoch und runter unsere ganzen Vorbilder natürlich runterbeten, klar. Aber dann wäre der Podcast ja schon halb vorbei. Die Frage ist jetzt, was machen, um da hinzukommen. Ja, genau. Und ich glaube, da muss man einfach erstmal eine Sache festhalten. Leute, die das können, das werde ich vielleicht ein bisschen einigen Leuten vielleicht vor den Kopf stoßen oder die denken das vielleicht so nicht. Aber die meisten Leute, die das können, die allermeisten Leute, die konnten das immer schon so. Ja, das sehe ich auch so. Also das ist, das heißt, ich will damit sagen, die konnten einfach schon mit 13, 14 F3 spielen. Ja. Oder mit 12. Das glaube ich auch, ja. So, also es gibt, da gibt es ja auch Beweise für. Also ich habe ja Kumpels, die das, die zu den führenden Trompetern gehören, die konnten schon mit 16, 17 alle das Blau vom Himmel spielen, ja. Und unsere Eins muss sich das dann irgendwie in seinen 20ern erarbeiten. Wenn du auf so einem Level bist, dass du dir das in den 20ern erarbeiten musst, dann kannst du eigentlich in der ersten Liga schon gar nicht mehr mitspielen. Weil die Leute haben so viel Erfahrung, weil die schon Ende ihrer Teenagerzeit in professionellen Ensembles in dieser Range gespielt haben, Erfahrung gesammelt haben, Führungserfahrung gesammelt haben, Liederfahrung gesammelt haben. Da kannst du gar nicht mehr, das funktioniert überhaupt nicht. Wenn du das kannst, dann hast du schon 10 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Das ist der Grund, wieso die da oben spielen. Auch wenn es hinterher Leute gibt, die dann vielleicht von dem Handwerk her Ähnliches können, die haben aber dann einfach die Routine und die Selbstverständlichkeit nicht, das dann auch irgendwie live im Fernsehen zu machen. Ja, ganz genau. Und die Routine ist das Entscheidendste bei der ganzen Geschichte, weil in dem Bereich da oben, das ist so heikel und sensibel, was die Technik angeht. Und wenn man da nicht safe ist mit allem, was man macht und nicht sich darauf verlassen kann, was da passieren muss, dann geht das so dermaßen in die Hose, dass es halt jeder mitkriegt und dass es halt jeder hört. Ja, das ist halt genau das Ding. Und dann sagen alle Leute, ja, ja, der hat es halt versucht, aber hat es halt nicht hingekriegt. Ja. Das ist ja dann ganz klar. Ja, und ich meine, zwei Sachen sind da ja maßgeblich. Erstmal musst du überhaupt die Höhe haben, um das hinzukriegen. Und dann musst du natürlich auch mit einem offenen Hals spielen können, dass dir, wenn du nervös bist oder wenn der Pult steigt, dass dir halt die Kinnlade hier nicht zugeht. Und dann gibt es nämlich schön roten Kopf, dann gibt es Schwindel, dann sind Kopfschmerzen und dann liegst du nämlich schön mal irgendwie hinten dran. Das ist mir auch schon passiert mit Anfang 20, ja. Da habe ich auch schon Videos zugemacht und so. Ich meine, ich habe das auch schon bei Andi Harderer gesehen. Also das ist jedem schon mal passiert. Axel Schloss hat mal eine schöne Geschichte erzählt, wie er beim WDR ausgeholfen hat und so. Mit der Andi dann wohl irgendwie F3 ausgehalten und so. Und musste sich dann alles mal auf Notenstände festhalten, wenn die nicht umfällt. Also selbst solche großen Leute, denen passiert das, weil das einfach ein Sack schwieriges Instrument ist. In dieser, und ich meine, ich rede jetzt hier von, weißt du, das sind europäische Superstars. Und da muss man sich mal einfach klar machen, was das bedeutet. Natürlich gibt es eben in jedem dritten Dorf, was weiß ich, in Österreich irgendeinen Abdrücker, der ein lautes G3 spielen kann. Das heißt aber nicht, dass der das halt auch mit dieser Klasse und dieser musikalischen Erfahrung und Führungserfahrung abliefern kann, in solchen Situationen, wie halt diese Leute, von denen ich gerade gesprochen habe. Ja klar, du darfst halt in der Situation nicht mit den Noten und mit dir selber beschäftigt sein, sondern du musst da in der Musik sein, in der Band, die Band führen, sowohl musikalisch als auch klanglich einfach so spielen, dass es jedem klar ist, wo die Reise hingeht. Und das ist nochmal eine ganz andere Baustelle, als einfach nur hohe Töne spielen. Ja, und du musst dann natürlich auch die ganze Zeit am oberen Zentrum des Tons spielen, weil nur dann kriegst du halt diesen Sternchenweffersound. Also nur dann klingt die Höhe halt geil. Das darf man halt nie vergessen. Amateure denken immer oft, wenn ich einen hohen Tonspiele, dann reicht das schon. Nee, das reicht überhaupt nicht. Sondern der Sound des hohen Tons definiert sich dadurch, wo du ihn anspielst. Also wenn du jetzt, was weiß ich, wenn du ein F3 hast und das F3 ist ein bisschen matt, klingt das scheiße. Da kannst du mit dem Fnix anfangen. Es muss so viel Obertunreichtum haben, du musst es in der oberen Grenze, dass es fast schon zu hoch ist. Manchmal ist es sogar geil, wenn es ein bisschen zu hoch ist. Zum Beispiel auf jeder guten Trompete, das A2. Also eine gute Trompete erkennst du immer daran, dass das A2 immer ein bisschen zu hoch ist. Fast immer, auf jeder Trompete. Und wenn du es ein bisschen pusht, dann kann das auch ganz geil sein. Also ich finde immer so, A's im Liedbereich spiele ich total gern, weil da muss ich nichts machen. Die sind von alleine, gehen die einfach so nach oben. Beim B zum Beispiel muss ich ein bisschen drücken, dass ich den gleichen Sound habe. Beim A wieder nicht, beim C steht, beim D muss ich wieder ein bisschen nach oben drücken, beim E3 drücke ich ein bisschen nach unten, wenn ich es auf 1, 2 nehme. By the way, ich habe auch mal ein Video gemacht, Hilfsgriffe in der Höhe, für alle, die es interessiert, wo ich das ein bisschen erkläre im Detail. Aber da fängt es halt dann wirklich an, interessant zu werden. Also wie gestalte ich hohe Töne, damit die halt in der Band geil klingen, also im Orchester. Das ist halt eine Wissenschaft für sich. Ja, absolut, absolut. Und wenn man es schafft, irgendwie präsent zu sein mit dem Klang, mit dem, was man spielt, wie man spielt, und doch nicht alle anderen gleichzeitig platt zu machen, das ist dann eine ganz hohe Kunst. Weil dass da immer noch der Satz schön klingt, dass die Band schön klingt und dass man quasi nur das Sahnehäubchen drauf ist, das ist dann natürlich schon allererste Sahne. Weil das macht Spaß, weil du dann der ganze Tabelle deinen musikalischen Geschmack aufdruckst kannst. Deswegen macht mir ja Liedspielen so viel Laune, weil ich dann, ich weiß dann einfach, also wenn ich dann noch gute Folgespieler habe, die kapieren, was ich da mache, dann wird es halt einfach geil. Also du kannst dann wirklich so einem Stück Musik deinen Stempel aufdrücken und das macht schon wahnsinnig viel Spaß, finde ich. Gut. Wie kann man das jetzt erreichen? Ja, genau. Wie kann man das erreichen? Und für alle, die das jetzt nochmal im Detail nochmal nachlesen wollen, ich verlinke gerade mal ein Video, das gibt es jetzt hier rechts oben, Geheimnis der Höhe, da habe ich schon mal ein Video dazu gemacht. Aber der Punkt ist, ich meine, wie man das erreichen kann, können wir jetzt in fünf Minuten schnell erklären. Ich finde aber viel interessanter, wenn man das dann weiß, wie es geht, welche Hindernisse es auf dem Weg gibt, trotz dieses Wissens es nicht hinzukriegen. Ich meine, Übungen, um auf der Trompete oder auf dem Blechpastinstrument die Höhe zu verbessern, ich meine, ob das jetzt Töne treiben ist, ob das Ditch wie Du spielen ist, ob das die Zunge kennenlernen ist. Durch Glissando üben, durch Pfeifen, durch, ich meine, das haben wir ja alle schon, glaube ich, in einigen anderen Videos auch schon mal angesprochen und erklärt, nicht auf jeden Fall. Aber im weitesten Sinne sind das ja alles Übungen, die die Zungengeschicklichkeit verbessern. Weil die Zunge ja maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass ich den Druck erhöhe auf dem Instrument. Jetzt werden mich einige wieder hier steinigen, weil das physikalisch nicht ganz so direkt ist. Wir tun jetzt aber mal so, als wäre das physikalisch komplett korrekt, weil wir ein bisschen vereinfachen müssen. Also das wäre jetzt die schnelle Einfallerklärung. Die schnelle Einfallerklärung wäre, nur Übungen für die Zungengeschicklichkeit machen und da verbessert sich die Höhe. Nee, nee, wir brauchen nur die Luft dazu. Ja, schon. Die Luft, die Luft, die muss ja erstmal ungehindert überhaupt hier vorne hinkommen. Und das ist ja schon mal das allergrößte Hindernis für alle, für viele. Ja, das ist schon richtig, aber du machst jetzt das große Fass auf. Nee, 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 nicht mal. Also es fängt mit dem Atmen an. Wir brauchen Energieversorgung, die Luft muss hier vorne hin, damit die Zunge die Luft verwerten kann. Ja, natürlich. Georg, das ist völlig klar. Du redest jetzt vom Idealzustand. Ich rede jetzt davon, was kann man als erstes machen, damit man ein Erfolgserlebnis verspürt. Ja, da bin ich trotzdem bei der Atmung. Ja, der Bruder muss aber auch die Zeit haben, das zu üben. Ja, aber für die Zunge brauchst du auch viel Zeit. Die Zunge braucht extrem viel Zeit. Gerade die Zunge braucht viel Zeit. Okay, nehmen wir mal an, pass auf. Nehmen wir mal an, du hast nur eine halbe Stunde Zeit am Tag. Also die meisten Leute, die uns jetzt hier zuhören, die von uns jetzt... Stopp, 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 bevor du das ausfällst. Zeit ist jetzt nicht irgendwie tägliche Übungszeit. Die muss auf jeden Fall sein. Aber der lange Zeitraum, den man für die Übungen einkalkulieren muss, das ist der entscheidende Faktor. Nicht, dass ich am Tag fünf Stunden übe, sondern dass ich über einen langen Zeitraum meine Hausaufgaben mache, die richtigen Sachen übe, Atmung, Zunge und so weiter. Ja, schon klar. Okay, nehmen wir mal an, du hast drei Jahre Zeit. Und nehmen wir mal an, du hast drei Jahre nur jeden Tag nur 30 Minuten Zeit. Und dann, weil das ist ja das, die meisten, die uns jetzt zuhören, haben genau diese Zeit zur Verfügung. Das ist zumindest meine Erfahrung. Wenn jetzt jemand natürlich zwei Stunden zur Verfügung hat, kann der alles üben und dann geht es sehr, sehr schnell. Ja, dann kann der Atmung üben, dann kann der Zunge üben, dann kann der das komplette technische Programm auf dem Instrument üben. Ja, aber was ist denn schnell und was ist langsam? Das ist ja nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, dass man Schritt für Schritt weiterkommt. Und egal, ob das jetzt langsam ist, es geht gefühlt immer zu langsam. Auch wenn es ein halbes Jahr dauert, um das C3 zu erreichen oder zwei Jahre, es ist immer zu langsam. Aber die Zeit ist halt einfach nötig, dass es halt nicht geschehen kann. Und das ist extrem individuell. Total bei dir. Ja, aber man muss doch das den Leuten erklären. Also, weil nichts Schlimmeres wie irgendwelche Plattitüden und so, die jeder raushaut ohne Erklärung. Ja, wir wären dazu noch gekommen. Mir geht es nur darum, mir geht es nur darum, einen Anhaltspunkt zu geben oder eine Eintrittskarte zu geben, überhaupt erstmal mit irgendetwas anzufangen. Also, wir können natürlich jetzt den Leuten erklären, was sie alles machen müssen, um in einem Idealbild, das wäre sicher in einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren, das und das zu erreichen, wenn sie so und so viel Zeit zur Verfügung haben. Das ist richtig. So. Mir geht es aber mehr darum, Lust zu machen, Dinge auszuprobieren, die einen dann motivieren, das, von dem wir jetzt annehmen, das wäre ein Idealzustand, das sich auch darauf einzulassen. Weil meine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, aber auch in meinem Club ist, ich muss die Leute ja mitnehmen. Ich muss die Leute mitnehmen, die am Anfang stehen, die sagen, oh mein Gott, ein Riesenberg an Arbeit, dafür habe ich keine Zeit, bla 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 bla. Das heißt, das Know-how, was wir haben, um den Leuten das beizubringen, dafür brauchen die Leute natürlich im Idealzustand eigentlich mehr Zeit, als sie zur Verfügung haben. Mir geht es aber darum, erstmal eine Anfangserfahrung zu vermitteln, damit die Motivation da ist, das dann auch leisten zu können, leisten zu wollen, über so einen Zeitraum, weil sonst schaffen sie es sowieso nicht. Also dann nämlich ein Einbrechen. Und jetzt hat man zwei psychologische Vorgehensweisen, meiner Erfahrung nach. Entweder ich habe halt jemanden, der von Natur aus so viel Biss hat und das einfach, naja, der das halt einfach hinkriegt über so einen langen Zeitraum, weil der einfach so ist. Und das so ein Freak ist, der will das jetzt durchziehen. Ich übe das jetzt drei Jahre, ich habe auch gerade zwei Schüler, die haben nur eine halbe Stunde Zeit am Tag und die sagen, ja, dann dauert es halt ein Jahr länger, ist mir egal, oder zwei. Und die ziehen es eisenhart durch. Aber ich habe aber auch schon die Erfahrung gemacht, dass Leute, die eigentlich motiviert waren, nicht genau definiert haben, auf was sie sich einlassen. Denen war nicht genau klar, was das bedeutet über so einen langen Zeitraum und die sind dann auf, naja, halber oder dritt, auf Drittel der Strecke verreckt. Und das war dann natürlich ein großes Frustrationsmomentum, weil denen vorher nicht genau klar war, auf was sie sich einlassen. Und ich glaube, wenn man den Leuten sagen möchte oder Leuten sagen, beibringen möchte, was sie tun müssen, um eine vollkommene oder eine verbesserte Technik auf der Trompete zu kriegen, die in sich keine Grenzen hat, wenn man das wirklich gecheckt hat, ist halt einfach eine Frage von Definition, was bin ich bereit zu tun und welche Opfer möchte ich bringen und dass den Leuten halt im Prinzip vorher schon klar ist, dass das halt kein Zuckerschlecken ist. Also es geht nicht von heute auf morgen und das dauert halt seine Zeit. Und das ist halt genau der Punkt. Also da habe ich mich ein bisschen im Kreis geredet, ich möchte einfach nur eine Lanze für die Leute brechen, die am Anfang vielleicht noch nicht diese Power haben, diese psychologische Power, zu sagen, oh, ist mir jetzt egal, ich ziehe das jetzt dreier durch, ich habe jeden Tag eine Stunde Zeit, kein Problem. Das sind die Allerwenigsten. Ja? Ja, vor allem die Allerwenigsten machen das auch wirklich so, dass sie das durchhalten. Also alle sagen am Anfang, ja, ja, kein Problem, ich weiß, dass es lang dauern wird. Ja, nach zwei, drei Monaten trennt sich die Spreu vom Weizen. Das ist ganz klar. Und viele Leute unterschätzen sich, überschätzen sich und unterschätzen die Übungen und die Disziplin, die man dabei aufwenden muss. Und das ist das, woran die meisten dann, die dann aufgeben, leider daran scheitern. Die scheitern nicht an der Sache, sondern die scheitern an sich und an den vielleicht zu hohen Erwartungen an sich oder an den Übungen oder an uns Lehrer, das kann auch sein. Aber das Entscheidende, worum es mir geht, ist, dass die ganzen Sachen, die mit Trompeti-Spielen zu tun haben, kein Hexenwerk sind. Ja. Dass das eigentlich ganz banale Sachen sind und dass es immer nur an der Disziplin scheitert, ob man das jetzt vernünftig macht oder nicht. Ja. Es ist total simpel. Man braucht nicht mal viel nachdenken in gewissen Dingen, ist Nachdenken ja oft irgendwie eher kontraproduktiv. Man muss zur richtigen Zeit denken, positiv denken und nicht immer warten, bis sich irgendein Erfolg einstellt oder bis sich irgendeine Tonhöhe einstellt oder bis auf einmal alles ganz leicht geht. Das wird nie der Fall sein, wenn man nicht konsequent an sich arbeitet, an den ganzen Sachen arbeitet. Ja, vor allem. Das ist der entscheidende Punkt und alles andere ergibt sich dann daraus. Aber eins müssen wir jetzt nochmal hinzu, nochmal zusätzlich erklären. Wenn man verstanden hat, dass man an der Funktion arbeiten muss, an der Funktion des Körpers, wenn man verstanden hat, wie das funktioniert und wenn man darauf gelernt hat zu vertrauen, dann ist es ein No-Brainer. Dann geht es von allein. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, zu kapieren, die Funktion muss gut sein. Dann wird das Ergebnis auch irgendwann gut. Weil der normale Trompetenunterricht oder der gewöhnliche, traditionelle Blechbläserunterricht funktioniert so, es klingt geil, der Rest ist egal. Man geht erst vom Sound aus, man geht vom Ergebnis aus. Und man geht nicht von der Funktion aus. Und das ist halt genau der Punkt. Aber es gibt ja auch Leute, die können hochspielen und platzieren extrem oder drücken wie Sau. Wenn man mal genau hinguckt oder hinhört, dann merkt man, dass der Ton halt nicht gar nicht toll klingt. Aber die haben halt dann irgendwie, kriegen sie halt dann diese Höhe hin. Und dann guckt man halt nicht auf die Funktion. Man guckt dann auch noch nicht mal mit dem Mikroskop, sondern eher mit dem Fernglas auf das Ergebnis und ist dann sehr wohlwollend. So war das bei mir zum Beispiel als Teenager. Ich habe da platziert und konnte dann irgendwie alles spielen und ich habe dann nur von links und rechts gehört, wie toll ich Trompete spiele. Dass ich das auf einem professionellen Niveau überhaupt nicht gebrauchen konnte, hat mir niemand gesagt. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass man wirklich verstehen muss, ich muss mich auf die Funktion konzentrieren und das dauert seine Zeit. Und mit seiner Zeit meine ich bis der Groschen da fällt zwischen vier Monate und drei Jahre. Ich würde überhaupt gar kein Zeitlimit setzen. Ich würde kein Zeitlimit setzen, überhaupt nicht. Ich habe gerade kein Zeitlimit gesetzt. Ich habe Leute getroffen, die nach drei, vier Monaten wahnsinnige Fortschritte gemacht haben, weil sie ein paar Übungen gecheckt haben. Und es gibt dann aber auch ein paar Leute, die von ihrer ganzen Körperwahrnehmung, von der ganzen Körperreflexion nicht so talentiert sind, die ein bisschen länger brauchen. Dann kann das halt schon mal ein bisschen länger dauern. Und ich finde, man muss dann auch so ehrlich sein und sagen, das weiß man ja vorher nicht. Aber auf dem Weg dahin, wenn man einen ordentlichen Lehrer hat, der das kapiert, lernt man ja, sich zu beurteilen. Man merkt dann ja, ich bin ein Typ, Mensch, das fällt mir nicht so leicht, ich muss das halt noch länger üben. Aber ich finde es schon wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil wenn du dich mit diesen Dingen nicht auseinandersetzt, schmeißt die Flinte sowieso ins Kopf. Ja, das ist ja ganz klar. Also der eigentliche Kampf ist ja gegen sich selber und gegen die Gedanken und gegen alles, was so irgendwie interessant ist. Und der entscheidende Kampf, der ist innen drin. Und das ist der härteste Kampf überhaupt. Aber wenn man das schafft, erstens die Disziplin aufzubringen und dann auch noch die Selbstreflexion und dann auch noch sich so analysiert, dass es irgendwie auch gesund ist, sich selber gegenüber und der Sache gegenüber, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Und dann ist es auch völlig egal, wie lang was dauert. Ja, dann weiß man, okay, ich bin auf dem richtigen Weg und dann kommt das und das und das und das. Und das sage ich auch immer allen Schülern, die alle wollen immer ihr Bestes bei mir präsentieren. Ist ja auch gut, ist ja auch ein gutes Recht, ist ja auch ein gutes Ziel, dass man sich von seiner besten Seite präsentiert. Aber ich sage immer allen, die dann enttäuscht sind, warum es sich funktioniert, es ist doch mir völlig egal, ob du jetzt den Ton getroffen hast oder nicht oder ob jetzt das und das geklappt hat. Ich will sehen, wie arbeitest du? Wie gehst du mit derselbe um? Wie gehst du mit Fehlern um? Wie gehst du mit den Sachen um, die nicht funktionieren? Das ist für mich das Entscheidende und nicht das Ergebnis. Weil wenn der Weg richtig ist, dann ist das Ergebnis auch irgendwann so, wie es sein soll. Ja, klar. Vorausgesetzt, die Leute bringen halt die mentalen Fähigkeiten mit, diesen Weg dann halt auch zu gehen. Das ist der allerhärteste Kampf, ich sage es nochmal. Aber Leute, die das verstehen und die da drauf kommen, woran es wirklich liegt, die haben die allergrößte Freude, an der ganzen Sache zu arbeiten. Weil es geht nur oberflächlich ums Trompettespielen. Ja, klar. Es geht immer um was anderes. Und die Trompete transportiert die Persönlichkeit, das Innerste, für uns Lehrer, hörbar nach außen. Ob man will oder nicht, das geht ja uns auch nicht anders. Ja, wir spielen auch so, wie wir sind. Und die Schüler spielen auch so, wie sie sind. Und da können sie noch irgendwie so murksen oder tricksen oder sich versuchen zu verstecken. Wenn man da ein bisschen empathisch ist und sensibel und erfahren ist, dann kriegt man alles auf dem Silbertablett serviert. Und dann kann man natürlich als Lehrer damit arbeiten und entsprechend die Leute darauf hinweisen und dahin führen, wo die eigentlichen Probleme sind. Ob die Leute das hören wollen, das ist dann wieder eine andere Sache. Aber das ist der entscheidende Punkt, ob man jetzt wirklich Fortschritt macht oder nicht. Ein Fortschritt macht früher oder später jeder, der sich mit der Sache intensiv und einigermaßen fünftig auseinandersetzt. Aber ich sage immer, die entscheidenden Fortschritte machen die Leute, die auch wirklich ganz tief ins Innerste reinschauen können und wollen und auch damit arbeiten können. Ah ja, klar. Das ist der berühmte Blick in den Spiegel über einen sehr langen Zeitraum. Und das ist dann auch unter Umständen eine sehr große Herausforderung. Weil natürlich dadurch nicht nur offenbar wird, wie du musikalisch bist oder wie du arbeitest, sondern grundlegende Charaktereigenschaften werden quasi freigelegt. Und wir als Lehrer, die da schon sehr viel Erfahrung mit haben, wir sind ja ein bisschen gemein, weil wir kriegen sowas ja meistens schon nach fünf Minuten mit. Also das ist... Später sind sie. Oder nach zehn Sekunden. Also das ist... Ihr glaubt gar nicht, wenn man das mal 20, 25 Jahre gemacht hat und es kommt jemand und er hat dann tausend Sachen vorbereitet und ich muss dir das vorspielen, ich muss dir das vorspielen. Und ich sage, komm, dann spiel mal acht Takte von dem Stück oder spiel eine Tonleiter. Und ich weiß eigentlich schon nach fünf, sechs Tönen denke ich mir, oh, cool. Oder ich denke mir, ja, langer Weg. Das ist... Und vor allen Dingen, auch wie jemand ist, ob der extrovertiert ist, ob der introvertiert ist, ob der mit sich hadert, ob der sich überschätzt, ob der sich unterschätzt, ob der demütig ist oder das Gegenteil. Also das alles wird eigentlich schon nach zehn Sekunden spielen klar. Ja, ja. Also ich gehe sogar eine Schrift weiter, ich kenne sogar jemanden, den kennen wir beide, der hat gesagt, eigentlich erkennt es schon, wenn jemand das Instrument aus dem Koffer auspackt. Ja, das ist mir auch schon gerade eingefallen. Ja, ja, genau. Da habe ich auch dran denken müssen. Ja, es ist so. Ja. Das macht auch nichts. Jeder ist unterschiedlich und jeder soll das so machen, wie er meint und wie er kann. Aber jeder hat die Chance, an sich zu arbeiten, am Trompetenspiel zu arbeiten, sodass es für alle Beteiligten ein schönes Ergebnis wird. Und das ist ja das, worauf es ankommt. Und nicht irgendwie, wie hoch kann jetzt jemand spielen oder wie laut und so. Das sind ja alles nur oberflächliche Kriterien. Und das Entscheidende ist, dass man zufrieden ist mit sich, dass man weiß, wie man mit sich umgehen soll, wie man arbeiten soll, wie man Probleme löst und wie man einfach Spaß hat an der ganzen Sache. Und das ist das alles Entscheidende. Alles andere, mein Gott, ja, was soll's. Ja, sollen wir jetzt nochmal ins Detail gehen? Übung, Tunkenposition oder? Nö. Nö. Ah! Das bringt ja auch gar nichts. Also ich meine, ich kann nur kurz anreißen, die Sachen, die ich übe, für die Höhe, das kann man keinem irgendwie zumuten schon, aber das bringt nichts, wenn man das übt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, mit Clark Second Study beschäftigt ist oder nicht weiß, wie man C3 rauskriegt. Also die Atmung muss passen, ja, die Stütze muss passen, der Hals muss offen bleiben, die Zungenposition muss passen, und man braucht ein Gefühl ein bisschen für die Mimischi Muskulatur, Kieferöffnung und so weiter. Das sind alles Themen, das sind, ja, in Kombination, ja. Naja, ich sag mal so, ich hab ja in meinen zwei Videos, die ich dazu gemacht habe, hab ich ja alles gesagt, was wir jetzt heute jetzt hier nicht angesprochen haben. Eigentlich ergänzt sich das ganz gut. Also wenn ihr jetzt nochmal im Detail wissen möchtet, auf was wir Bezug nehmen, dann könnt ihr euch die zwei Videos nochmal anschauen, erkläre ich es wirklich in aller Ausführlichkeit. Aber was ich bei diesen zwei Videos eben nicht mache, und das haben wir heute gemacht, das hab ich bewusst damals nicht gemacht, weil sonst kann ich so ein Video nicht in fünf Minuten machen, sondern es dauert einfach fünf Stunden. Ich habe da, ich hab mich da ganz bewusst erstmal nur um die Stimmbänder gekümmert und um die Zunge, nicht um die Atmung. Also ich hab quasi in diesen beiden Videos mit das Allerwichtigste weggelassen, um den Fokus darauf zu legen, was man überhaupt erstmal machen kann, damit man mitkriegt, was überhaupt passiert. Das ist natürlich der Zungenrücken. Also dass man nicht verwechselt, wenn man hochspielen möchte, verwechseln die meisten ja die Stimmbänder mit der Zunge, weil die voneinander nicht emanzipiert sind. Und dann passiert nämlich das, was ihr alle kennt, man möchte hochspielen und macht halt, statt einfach nur und das sind halt einfach zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe, die man erstmal kennenlernen muss. Und das, was du jetzt sagst, dass natürlich alles wieder abhängig ist von der Atmung, ist ja ein total volatiles System. Also ihr müsst euch vorstellen, die Zunge, wir haben die muskulatur, wir haben die Atmung, wir haben die aktive Ausatmung, wir haben die Stimmbänder und alles wirkt aufeinander und ist die ganze Zeit, ist es wie in so einem Gleichgewicht, wie so ein Typ, der auf dem Schwebebalken balanciert. Und wenn irgendwas nicht passt, fliege sie runter. Und wenn du besonders gut dich auf dem Schwebebalken auskennst und die ganzen Kräfte besonders gut miteinander harmonieren, ja, dann kannst du einfach Fahrradfahren auf dem Hochsaal. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen. Aber trotzdem, ich bleibe dabei, um den ersten Erfolg einfach mal zu hören, übt einfach Töne treiben und dann kriegt ihr schon sehr schnell mit, was die Zunge macht. Und alles andere erkläre ich ja hier rauf und runter auf meinem Kanal. Ihr könnt in den Club kommen, ihr könnt auf den Patreon-Kanal kommen, könnt euch das alles ansehen. Also die Übung dazu, da habe ich ja zig Videos zu gemacht und natürlich gibt es mehrere Themenblöcke dazu, wie man in diese einzelnen Übungen einsteigt. Aber eins kann ich jetzt sagen, es wird nicht besser, wenn ihr einfach das übt, was ihr bisher geübt habt, ohne euch darüber Gedanken zu machen, was ihr übt und wie ihr es übt. Richtig, absolut. Das ist genau der Punkt, ja. Also wenn man die ganze Zeit seine Arbeitsschule rauf und runter brettert und Probleme hat, dann wird es nicht besser. Und das ist halt der ganz große Unterschied zu vielen anderen Instrumenten, dass wenn du bestimmte Fähigkeiten einfach nicht hast oder diese Fähigkeiten nicht reflektiert hast und du übst, dann wirst du einfach nicht besser, vielleicht wirst du sogar schlechter. Ja. Das kennen ja viele auf dem Instrument, die auch dann zu uns kommen und dann nur, frag, was soll ich machen, ich übe anderthalb Stunden am Tag und es wird einfach nicht besser. Also das ist natürlich total frustrierend und dann muss man halt die Birne anschalten und muss sich überlegen, warum ist das denn so? Das Entscheidende ist jetzt nicht, dass man viel übt, sondern wie man übt. Es kommt auf die Übungen an, sind die funktional so, dass ich mich verbessern kann oder sind sie funktional so, dass ich mich schädige? Ja. Und gerade viel Anstoßen in der Tiefe oder hartes Anstoßen, lautes Anstoßen, wo der Kiefer wackelt, wo irgendwie der Kehlkopf mit wackelt, das kann man schon eine Zeit lang so machen. Und vielleicht wird der Anstoß dann auch kurzzeitig besser, aber langfristig schädigt man sich einfach dadurch, weil die ganzen Sachen nicht gut funktionieren und alles andere auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Also da muss man schon grundsätzlich umdenken und wie du schon gesagt hast, gut reflektieren, was mache ich da eigentlich? Nützt mir die Übung was oder nützt mir die Übung nichts? Ja, aber das Entscheidende, worum es mir geht, ist, dass es halt immer auch ein Zusammenspiel der Kräfte ist. Ja, dass es nicht einzelne Übungen sind, die irgendwas bewirken, das wissen wir eh nicht ganz genau, welche Übung zu wie viel Prozent Anteil am ganzen System hat. Und außerdem ist es auch wieder sehr individuell, da ist jeder anders gestrickt, aber das Zusammenwirken der Kräfte ist entscheidend und wie ich vorhin schon gesagt habe, die Hartnäckigkeit, mit der man dran bleibt. Und der entscheidende Faktor ist, ob man erfolgreich ist oder nicht. Erfolg ist natürlich auch eine Definitionssache, aber ich spreche jetzt mal von uns selber, von uns persönlich, ist, wenn man eine Sache gut macht und richtig macht, ist nur, wie lange man durchhält. Das war's Wort zum Sonntag. So, glaube ich. Oder? Ich glaube, wir machen jetzt mal den Deckel drauf. Ja, machen wir. Gut, Georg, vielen Dank. Ich habe schon alles Mögliche angepriesen, alle Links fliegen jetzt ein. Wenn ihr euch damit mehr beschäftigen wollt, intensiver beschäftigen wollt, schaut unten in der Beschreibung. Ich habe tatsächlich noch einen Werbehinweis, ausnahmsweise bin ich auch mal dran. Es gibt einen Workshop, einen Dreitagesworkshop, 17. bis 19. März im Bayerischen Wald in Freyung, in einer Superlocation. Da treten Koryphäen an, wie Malti Burba, Jo Kraus, Florian Klingler, Guntram Halder, ein Personist aus Berlin. Da werden sämtliche Themen aufgegriffen und bearbeitet drei Tage lang in geschlossener Gesellschaft. Jeder darf sich anmelden. Anmeldung unter burbabras.net Akademie. Ich packe den Link mit in die Beschreibung. Danke. Am 17. März war das, ne, im zwei Monat? 17. bis 19. März. Okay. Alles klar. Dann macht's gut, meine Lieben, und bis zum nächsten Mal. Jo, schönen Abend. Ciao. 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 Ciao.